Gesundheit braucht Verstand und wenn Sie zu den 25 Millionen Deutschen gehören, die täglich Blutdrucksenker nehmen, dann habe ich heute viele Neuigkeiten für Sie. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sieben von zehn Menschen ihre Medikamente absetzen oder reduzieren könnten, wenn sie sich anders verhalten. Das sind über 17 Millionen Menschen, die möglicherweise unnötig Pillen schlucken, die sowohl Nebenwirkungen haben als auch abhängig machen. Aber hier kommt der Hammer, die Japaner essen etwa fünfmal mehr Salz, als von der WHO empfohlen wird. Und trotzdem kommt da weniger Bluthochdruck vor als bei uns. Wie kann das sein? Die Antwort ist, fast alles, was wir über Blutdruck zu wissen glauben, ist nahezu unvollständig. Zuerst, warum versagt unser System so kläglich? Stellen Sie sich mal vor, Sie würden nur zwei Prozent Ihres Autobudgets für Warten ausgeben. Kein Wunder, wenn der Motor irgendwann streibt. Und genau das macht unser Gesundheitssystem. Wir denken viel weniger an die Ursachen als an das Symptom. Und das ist in Japan genau andersrum. Prävention wird großgeschrieben. Bei den Ausgaben für Gesundheit liegt Deutschland an der Spitze und wir sind nicht gesünder als die anderen. Denn bei der Einschätzung von Gesundheit liegt Deutschland in Europa auf Platz 16 von insgesamt 27. Premiumpreise für Discount-Gesundheit, das muss nicht sein. Ein kleiner Test. Holen Sie Ihr Blutdruckmessgerät oder fühlen Sie einfach Ihren Puls am Handgelenk. Messen Sie jetzt Ihren Wert, merken Sie sich die Zahl und dann machen wir eine Übung. Unser Versuch ist sechs Sekunden lang durch die Nase einatmen. Ein Atemzug. Aufbeißen und einmal schlucken. Die Zähne berühren sich ganz leicht dabei. Und wieder durch die Nase sechs Sekunden lang ausatmen. Das wiederholen Sie fünfmal hintereinander. Pausieren Sie einen Moment das Video, bis Sie das gemacht haben. Ihr Blutdruck sollte sich nun verringert haben und Ihr Puls hat weniger Schläge. Das haben wir erreicht in etwa nur einer Minute. Das war Ihr Vagusnerv in Aktion. Ihr Körper eigener Blutdrucksenker. Warum verschreibt Ihr Arzt dann Pillen statt Übungen? Ganz eine Erklärung ist einfach. In sieben Minuten kann man ein Rezept ausschreiben, aber keine Übungen erklären. Und seien wir ehrlich, mit Übungen oder Training verdient niemand Geld. Mit Pillen verdient man Milliarden. Ich erkläre jetzt einmal, worauf es wirklich ankommt. Es gibt im Wesentlichen zwei Ebenen, die Einfluss auf Ihren Blutdruck haben. Die Ebene 1 besteht aus drei Säulen. Erstens die Ernährung. Und damit meine ich nicht nur weniger Salz, sondern die Qualität dessen, was Sie essen. Die Vielfalt, die Nährstoffdichte, die Verarbeitungsstufe, das Verhältnis von Natrium und Kalium. All das spielt eine große Rolle. Nummer 2 die Bewegung. Und nein, Sie müssen keinen Marathon laufen. Zehn Minuten tägliches Training bewirkt schon Wunder. Gleich zeige ich Ihnen, welche Bewegungsform doppelt so hohen Einfluss auf die Blutdruckregulation hat, wie zum Beispiel Joggen. Und die Solle Nummer 3 die Umwelt. Das ist der neue unterschätzte Faktor, was Sie einatmen, wie viele Chemikalien Sie aufnehmen und wie groß der Lärm ist, der Sie umgibt. All das beeinflusst direkt Ihren Blutdruck. Und die Erkenntnisse in unserer modernen Zeit sind wenig verbreitet. Bevor solche Erkenntnisse bestehen, ist das, was man daraus macht und wie man es einbezieht, erschreckend. Und die zweite Ebene, die leider ganz wenig beachtet bleibt, ist bei fast allen Blutdruckpatienten, die wir in 30 Jahren in unserer Praxis gesehen haben, völlig unberücksichtigt. Das sind drei miteinander verknüpfte Basisfunktionen, die wir als die neurophysiologische Triade bezeichnen. Erstens die Atmung. Die meisten Menschen atmen falsch, zu flach, zu häufig und vor allen Dingen durch den Mund statt durch die Nase. Das hält Ihren Körper in einen permanenten Stresszustand. Der Sympathikus, Ihr Stressnerv, ist ständig aktiv. Zweitens das Schlucken. Sie schlucken etwa 2000 Mal am Tag und ständig wird das autonome Nervensystem aktiviert. Bei falschem Schlucken wird Ihr ganzer Körper fehlinformiert. Und das geht sogar bis zum Mikrobiom. Drittens die Kopfverlangung. Ihr Kopf ist auf der Halswirbelsäule positioniert und übt etwa 5 bis 6 Kilo Gewicht auf die Wirbelsäule aus. Ist der Kopf nur leicht verlagert, was bei sehr vielen Menschen vorkommt, die zum Beispiel am Bildschirm arbeiten oder auch einfach nur bei der normalen Körperhaltung, dann haben wir gleich eine Gewichtserhöhung auf der Wirbelsäule von mehr als das Doppelte. Die Folge der Verlagerung, Gefäße werden komprimiert, also A dann, wo Blut durchfließt und der Vagusnerv wird gereizt oder falsch angesprochen. Diese drei Funktionen sind wie Zahnräder in einem Uhrwerk. Funktioniert das eine nicht, funktionieren die anderen beiden auch nicht. Aber die gute Nachricht ist, man kann alle drei gleichzeitig trainieren und korrigieren. Jetzt verstehen sie den Zusammenhang. Drei Säulen, die ihre Gesundheit global beeinflussen. Und die Triade bildet die Basis für diese drei Säulen. Ein systemischer Ansatz, der tatsächlich funktioniert und den schauen wir uns im Detail mal einmal an. Beginnen wir mit dem Soforthebel der Triade. Die Atmung. Nasenatmung produziert Stickstoffmonoxid, ein Gas, das ihre Blutgefäße erweitert. Mundatmer verpassen diesen Einfluss komplett. Bei jedem Schlucken wird der Vagusnerv aktiviert und 2000 Mal Schlucken am Tag bedeutet bei falschen Schlucken 2000 Mal Stresssignal. Und die Kopfbalance, natürlich der falsch balancierte Kopf, sorgt auch dafür, dass ganz bestimmte Nervenanregungen nicht zustande kommen. Zum Beispiel der Einfluss auf unseren größten Atemhilfsmuskel, der durch ein Nervensystem angerichtet wird, wird falsch geleitet. Wir haben dazu das Faceformat Training entwickelt, alle drei Funktionen gleichzeitig trainieren, nämlich Nasenatmung, Schlucken und die Kopfbalance. Etwa 15 Minuten täglich und nach vier Wochen bereits erste Erfolge. Wie das Training im Einzelnen funktioniert, könnt ihr in diesem Video sehen, einfach den QR-Code scannen. Jetzt kommt der Teil, der alles auf den Kopf stellt, was ihr über Ernährung und Bluthochdruck zu wissen glaubt. Schauen wir nochmal nach Japan. Die Japaner essen täglich etwa 11,7 Gramm Salz. In der Tohoku-Region im Nordosten sind es sogar 27 Gramm. Das ist mehr als das Fünffache der WHO-Empfehlung. Wir Deutschen liegen etwa bei 8 bis 11 Gramm. Jetzt raten Sie mal, Japan hat eines der niedrigsten Bluthochdruckquoten in der Welt und hat gleichzeitig die höchste Lebenserwartung. Wie kann das sein? Die Antwort liegt also nicht im Salz allein, sondern in der Komposition ihrer Ernährung. Die Japaner kompensieren die hohe Salzaufnahme durch einen hohen Gemüsekonsum. Algen, Soja, Spinat, alles vollgepackt mit Kalium, der natürliche Gegenspieler von Natrium. Hinzu kommt, sie essen täglich Fisch und Omega-3-Fettsäuren enthalten im Fisch, schützen die Gefäße. Und fermentierte Lebensmittel wie Miso und Natto sorgen für ein natürliches Mikrobiom. Und schauen Sie sich die Portionsgrößen an? Viele kleine Schälchen statt einen großen vollgepackten Teller. Aber bevor Sie jetzt denken, Salz sei egal, schauen wir nach China. Dort finden wir eine Warnung für uns alle. 1979 hatten nur 7% der Chinesen Blutdruck. 2010 waren es bereits 33%. Was ist in diesen 30 Jahren passiert? Die Antwort ist erschreckend einfach. Sie haben unsere westliche Ernährung übernommen. Fast Food, wenig Gemüse, große Portionen, industriell verarbeitete Lebensmittel. Das Ergebnis? Eine Explosion von Zivilisationskrankheiten. 200 Millionen übergewichtige Diabetesraten durch die Decke. Und was bedeutet das für Sie? Reduzieren Sie Ihr Salz auf 5 Gramm täglich. Das bleibt wichtig. Aber zweitens, und das bleibt ganz entscheidend, es geht um die Qualität Ihrer Ernährung. Eine Tiefkühlpizza hat bereits 5 bis 6 Gramm Salz, also Ihr Tagesbedarf. Und ein Brötchen vom Bäcker, 1 bis 2 Gramm Salz. Wenn Sie ins Restaurant gehen, und das gilt insbesondere für ältere Menschen, fragen Sie nach salzarmer Zubereitung. Ein normales Hauptgericht hat oft 3 bis 4 Gramm Salz. Aber bedenken Sie, die Japaner zeigen uns, dass es nicht nur um Weglassen geht, sondern um das Richtige Ergänzen. Mehr Gemüse für das Kalium, mehr Fisch für Omega 3, mehr fermentierte Nahrung für das Mikrobiom im Darm. Die Mischung macht's. Und jetzt räumen wir noch mit einem weiteren Mythos auf. Sie denken, Sie müssten Marathon laufen, um Ihren Blutdruck zu senken. Die Wissenschaft hat was viel Besseres gefunden. Eine neue Meta-Analyse hat verschiedene Sportarten verglichen. Und raten Sie mal, welche am besten abgeschnitten hat. Nicht Joggen, nicht Schwingen, sondern isometrische Übungen. Das sind Übungen, bei denen Sie eine Position halten, ohne sich zu bewegen. Schauen Sie hier, der Wandsitz. Sie lehnen sich mit dem Rücken an die Wand, rutschen runter, bis die Oberschenkel parallel zum Boden sind. Und halten Sie das. 30 Sekunden halten. 2 Minuten Pause. Und das Ganze 4 Mal hintereinander und fertig. Ergebnis Blutdrucksenkung. 8 bis 10 Punkte. Diese simple Übung, 2 Mal die Woche für 10 bis 15 Minuten, senkt den Blutdruck doppelt so stark wie Ausdauersport. Warum wohl? Während Sie die Position halten, werden Gefäße komprimiert. Wenn Sie loslassen, strömt das Blut wieder durch und das ist ein Krafttraining für die Arterien. Die Arterien werden elastischer und anpassungsfähiger. Weißt das, dass Ausdauersport nutzlos ist? Natürlich nicht. 30 Minuten täglich spazieren gehen oder 2 Mal die Woche schwimmen, senkt den Blutdruck immer noch. Die Kombination macht's aus. Und hier kommen die besten Nachrichten für alle, die denken, sie seien zu alt. Diese Übungen funktionieren in jedem Alter. Studien bei 80-Jährigen zeichnen die gleichen Effekte wie bei 30-Jährigen. Es ist also nie zu spät anzufangen. Mein Vorschlag für Sie, Montag und Donnerstag, 10 Minuten Wandsitz und Unterarmstütz. Planken auf Neudeutsch. An den anderen Tagen etwa 30 Minuten spazieren gehen. Schon etwa 3000 Schritte am Tag. Sie müssen keine Supersportler werden. Konstanz schlägt die Intensität. Jeden Tag ein bisschen ist besser als einmal die Woche auspowern. Jetzt kommen wir aber zu einem Thema, was uns wirklich Sorgen macht. Während wir uns Gedanken über 5 Gramm Salz machen, schlucken wir jede Woche 5 Gramm von einem schädlichen Mikroplastik. Das ist etwa so viel, als würden Sie eine Kreditkarte aufessen. Eine italienische Studie von 2024 hat Patienten mit Gefäßverengungen untersucht. Und was hat man festgestellt? 58% hatten höhere Anteile von Mikroplastik in ihren Arterien. Nicht im Magen, nicht im Darm, in den Blutgefäßen selbst. Und diese Menschen hatten ein vier- bis fünffach höheres Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod. Wir reden also nicht von einer kleinen Risikoerhöhung, sondern von einer Vervierferung. Aber es kommt noch schlimmer. Kennen Sie BFAs? Das sind die sogenannten Ewigkeitschemikalien. Die heißen so, weil sie sich niemals abbauen. Eine deutsche Studie hat gezeigt, 100% der Deutschen haben BFAs im Blut. Jede Einzelne. Und Menschen mit einem erhöhten BFA-Gehalt im Blut haben ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck. Das bei viele. BFAs setzen sich sogar in der Plazenta ab. Und Babys werden bereits BFA-belastet geboren. Teenager haben bereits durch BFA hohen Blutdruck. Wir vergiften also die nächste Generation schon, bevor sie überhaupt geboren ist. Dass das keine Panikmache ist, zeigt Norditalien. In der Region Venezien waren 150.000 Menschen jahrelang PFA-belastetem Trinkwasser ausgesetzt. Und das Ergebnis? 4.000 zusätzliche Todesfälle. Das sind 62% mehr kardiovaskuläre Todesfälle als in unbelasteten Gebieten. Das passiert jetzt, nicht in ferner Zukunft. Und jetzt halten Sie sich fest. Sie denken, Glasflaschen sind die gesunde Alternative zu Plastikflaschen. Eine französische Studie von 2024 hat genau das Gegenteil bewiesen. Glasflaschen enthalten bis zu 50 Mal mehr Mikroplastik als Plastikflaschen. Wie kann das sein? Die Übeltäter sind die Kronkorb. Die Farbpartikel von den Glasflaschenverschlüssen gelangen unmittelbar in ihr Getränk. Also egal wie man es macht, man kann sich bei fast nichts mehr sicher sein. Was können Sie überhaupt tun? Erstens, Leitungswasser ist wahrscheinlich die sauberste Option. Eine österreichische Studie hat gezeigt, dass Menschen, die vier Wochen lang auf Flüssigkeit aus Plastikflaschen verzichtet haben, haben ihren Blutdruck gesenkt. Zweitens, meiden Sie Antihaftpfannen. Die Beschichtung ist voller PFAs. Nutzen Sie lieber Edelstahl, Gusseisen oder Keramikpfannen. Und drittens, Fastfoodverpackungen sind PFA-Schleudern. Das fettabweisende Papier ist PFA-behandelt und ebenso der Kaffee-To-Go-Becher. Genauso wie Strohhalme aus Papier. Die EU wollte Mikroplastik vermeiden und dafür schlürfen wir nun genüsslich PFAs zu unseren Cocktails. Die bittere Wahrheit ist, wir können noch so gesund leben und Sport treiben. Wenn die Umwelt vergiftet ist, kämpfen wir gegen Windmühlen. Feinstaub in unserer Luft erhöht den Blutdruck und Lärm aktiviert Stresshormone rund um die Uhr. Aber, und das ist entscheidend, wir müssen uns umso mehr um die Faktoren bemühen, die wir tatsächlich kontrollieren können. Wenn die Umwelt uns schon so stark belastet, dann sollten wir wenigstens dafür sorgen, dass unsere Ernährung, unsere Bewegung und unsere Atmung so geregelt ist, dass da alles in Ordnung ist. Sonst kommt zu viel auf einmal zusammen und das gesamte System kollabiert. Wir sind die erste Generation, die mit dieser Gifflut konfrontiert ist und wahrscheinlich die letzte, die etwas dagegen tun kann. Jetzt genug Theorie, ich zeige Ihnen jetzt, was Sie konkret tun können. Aufgeteilt in drei Bereiche, die Sie sofort umsetzen können. Erstens das Face-Format-Training, was ich ja schon erklärt habe. Das sollten Sie systematisch, kontinuierlich durchführen. Denn schon nach wenigen Wochen berichten die ersten von deutlichen Blutdruckverbesserungen. Und zur Bewegung, vergessen Sie komplizierte Bewegungspläne. Ich blende Ihnen jetzt einmal etwas ein, was Sie genauso gut und effektiv anwenden können. Sie müssen auch keine strenge Diät machen bei der Ernährung, sondern schauen Sie, was am besten zu Ihnen passt. Salzreduktion ist natürlich immer angebracht. Experimentieren Sie mit Kräutern und Gewürzen, das schmeckt genauso gut. Und suchen Sie sich den passenden Stil. Meriterran, Dash-Diät, nordische Diät, japanisch inspiriert. Und das Wichtigste, egal welcher Stil, achten Sie auf Kalium. Das ist zum Beispiel in Bananen, in Spinat, in Kartoffeln als Salzgegenspieler. Omega-3 in Fisch, in Walnüssen, in Leinöl für die Gefäße. Fermentiertes Joghurt, Sauerkraut fürs Mikrobiom. Fügen Sie noch einen Umweltbonus dazu. Leitungswasser statt Flaschen verzichten Sie auf aufwändige Verpackung in den Geschäften. Und beim Kochen keine Antihaftpfannen und keine Antihafttöpfe. Aber bevor Sie loslegen, noch das Wichtigste, eine entscheidende Warnung. Reduzieren Sie Ihre Medikamente oder wenn Sie sie absetzen, nicht ohne Ihren Arzt. Stimmen Sie es mit ihm ab und zeigen Sie ihm die Erfolge, die Sie erreichen können ohne Medikamente. Und zeigen Sie ihm, was Sie dokumentiert haben, weil Sie unseren Empfehlungen gefolgt sind. Viele Ärzte sind überrascht, was man mit diesen Methoden überhaupt erreichen kann. Und lassen sich dann auch gern mit Zahlen überzeugen. Füllen Sie also am besten ein Blutdrucktagebuch und notieren Sie die Besonderheiten, die Sie täglich beobachtet haben, die Sie gespürt haben. Schreiben Sie auch die täglichen Werte auf, die Sie gemessen haben. Und dazu auch das Übungsprogramm, was Sie genau an diesem Tag gemacht haben. Fassen wir nochmal kurz zusammen. 70 bis 80 Prozent könnten Ihre Medikamente reduzieren. Drei Säulen und die Triade sind die Basis, an der wir arbeiten können. Japan zeigt, es ist komplexer als gedacht. Umweltgifte sind die neue Gefahr, die wir einbeziehen müssen. Aber vier Wochen anderes Verhalten kann auch schon viel verändern. Sie haben jetzt die Wahl, lebenslange Pillen mit Nebenwirkungen oder Selbstkontrolle mit Einfluss auf Ihre Gesundheit. 25 Millionen Deutsche warten auf diese Informationen. Teilen Sie dieses Video mit Freunden und Bekannten. Gesundheit braucht Verstand. Übernehmen Sie die Kontrolle. Jetzt. Und ich sage wieder Tschüss für heute.